In Spanien besetzte die Jugend im Sommer ganze Innenstädte. In Washington sollte die Wall Street okkupiert werden, in Berlin die Wiese vor dem Reichstag. In Magdeburg sollte es erstmal nur die Ulrichswiese sein. Etwa so nach dem Motto, kommt dort keine Kirche, dann kommen wir. Echte Demokratie jetzt nennt sich das lockere Bündnis aus ganz vielen Gruppen und Vereinen, das vor allem ein Ziel hat, die Macht der Banken zu brechen. Rund 400 Magdeburger machten mit und wir schauten uns dort auch einmal um. Während es in Rom alleine 200.000 Menschen auf die Straße zog, waren es in ganz Deutschland lediglich 40.000, davon jeweils 5.000 in Berlin und Frankfurt am Main. In Magdeburg überlässt man es offensichtlich noch den Politikern, den Euro aus dem Dreck zu ziehen. Die, die das anders sehen, verloren sich anfangs noch ein wenig auf der grünen Wiese. Die Organisatoren waren noch in der Überzahl. Allerdings war das Ganze lediglich über Facebook organisiert. Die örtliche Presse hielt sich mit Ankündigungen vornehm zurück. Wir haben vor allem im Internet geworben zunächst, haben dann hier unsere Plakate aufgehängt und hoffen, dass das die Magdeburger annehmen, zusammen mit ganz vielen anderen Menschen, mit Millionen von Menschen auf der ganzen Welt heute. Also wir in Magdeburg planen das seit viereinhalb Monaten. Seit Juli ungefähr haben das dann ganz intensiv verfolgt, was in Spanien passiert ist, was in Griechenland passiert ist, was in Israel passiert ist, was dann letztendlich auch in den USA passiert ist. Und die Presserezension ist auf jeden Fall relativ mau, das kann man schon so sagen. Aber sie kommen nicht an uns vorbei. Also es gibt verschiedene Aktionen, die alle sehr beteiligungsorientiert sind. Das ist unser demokratisches Live-Kunstprojekt. Das besteht in drei Phasen. Im Moment können sich das die Menschen noch anschauen. Das ist jetzt im Moment in der ersten Phase noch ein Krisenatlas. Wird nachher dann beworfen. Wir verändern quasi symbolisch die Welt. Die Ländergrenzen werden dann wieder abgezogen und es sind komplett neue Bilder entstanden. Die Holzkarten, die wir verwendet haben, die können dann auch noch abmontiert werden und ergeben dann eigene Bilder. Und was letztendlich dann passiert mit dieser Karte, entscheiden dann auch die Leute hier im Plenum. So und dann haben wir noch die Mauer der Empörung hier zu sehen und ganz viele andere beteiligungsorientierte Aktionen. Wir haben eine Kundgebung, die von jedem gleichermaßen, von jeder gleichermaßen genutzt werden kann. Hier kann sich also jeder zu Wort melden, hier kann sich jeder empören, jeder seine Vorstellungen und Wünsche reintragen. Das hielt sich beim ersten Mal allerdings noch etwas an Grenzen. Das Mitreden muss erst wieder geübt werden. Am 11.11. soll Magdeburgs Innenstadt wieder besetzt werden. Ob der Termin glücklich gewählt ist, wird man sehen. Denn an diesem Tage okkupieren traditionsgemäß schon die Narren den alten Markt. Das mitreden ist die Maschinen. Das mitreden ist das mitreden, der hat immer wieder besetzt werden. Das mitreden ist die Angelegenheit. Das mitreden ist die Angelegenheit, die von der Regen der Hö heitst. Vielen Dank.